Seit heute 19. April 2022 ist im Landwirtschaftssimulator 22 auf die Präzisionslandwirtschaft verfügbar. John De hat für das weltweit beliebte Game eine Vielzahl von technischen Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft bereitgestellt. So lässt sich zum Beispiel mit Hilfe von Bodenproben, Bodenkarten und Nährstiftsensoren die mineralische und organische Düngung teilflächenspezifisch anpassen. Spielerisch lässt sich mit Kamera- und Sensortechnik der Aufwand an Pflanzenschutzmitteln und Dünger verringern und somit der ökologische Fußabdruck verbessern. Die Präzision Farming DLC-Free-Erweiterung ist kostenlos und ab 19. April 2022 verfügbar. Sie kann direkt auf den PC oder auf die Spielkonsole heruntergeladen werden, schreibt John De in einer Mitteilung. Die Erweiterung ist eine gemeinsame Entwicklung von John De und Giants Software, der Entwicklerfirma des Landwirtschaftssimulators. Röth Röth Untertitelung des ZDF, 2020